Ja, Mahlzeit, meine kleinen Bitcoin-Bärchen. So, da sind wir wieder. Heute werden wir mal einen kleinen BTC-Ticker konfigurieren. Dafür gehen wir nach GitHub und da sucht ihr unter BTC-Ticker folgenden Beitrag von Holgern. Dann, soweit ich das sagen darf, sage ich jetzt einfach mal, den Holger80 findet ihr auch bei 21. Der hat mich nämlich auf diesen Link gebracht. Wir scrollen hier einfach mal ein bisschen runter. Hier gibt es ein paar Bilder zum gucken, welche Interfaces alle abgefragt werden können über die Knöpfe, die hier an der Seite seht, die kleinen Schalter. Und wenn ihr noch kein Raspberry 3, 4, whatever habt, könnt ihr hier ein bisschen Hardware für kleines Geld erwerben über BerryBase. Jetzt fangen wir an mit dem Display, knapp 19 Euro. Dann gehen wir rüber zum Board. Hier kommt die SD-Karte rein, HDMI-Anschluss und zwei kleine USB-Anschlüsse für den Power Supply. Beziehungsweise gibt es ja auch einen Adapter für, den habe ich mir nämlich noch bestellt. Da warte ich aber noch drauf für einen Ethernet-Anschluss. Einfach mal zum Testen. Weil das Ganze wird nachher ausschließlich eigentlich über WLAN betrieben. So, was brauchen wir noch? Genau, Netzteil kriegt ihr hier auch für 3,20 Euro. Also für eine schmale Mark. Am Ende ganz wichtig, eure SD-Karte. Könnt ihr auch gleich erwerben. Und zum Schluss wird hier noch ein Link angeboten, angepriesen für ein Case. Ich habe mir meinen selber gedruckt. Kann man aber dann auch optional für eine schmale Mark bekommen. Genau. Ein paar News, so wofür die Buttons sind, könnt ihr euch da noch durchlesen. Ein Config-File. Hier könnt ihr später noch über diese Syntax ein paar Settings vornehmen. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein, sondern wir machen erstmal mit den Basics weiter. Hier, BTC-Ticker. Dieses Image bitte herunterladen. Und anschließend mit zum Beispiel Balena oder irgendeinem anderen Tool bitte auf die SD-Karte schreiben. Also wie gehabt, ich nehme hier so einen Raspberry Pi Imager. Das OS wählen. Scrollt ihr einfach nach unten. Eigenes Image wählen. Das Image auswählen. BTC-Ticker. 1,3 Gigabyte. Einmal oben rechts auf Öffnen klicken. Und in der Mitte SD-Karte auswählen. Hier dann eure SD-Karte aussuchen, die ihr im Slot drinstecken habt. Und dann mit Schreiben einfach flaschen. Wie gehabt, alle Daten gehen dann einmal verloren, die da vorher drauf sein sollten. Gut. Wenn ihr dann soweit seid und habt das Ganze in den SD-Slot reingeschoben und das Gerät ist an, gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Und bevor ihr das Device entfernt, müsst ihr noch eine Textdatei auf der SD-Karte hinterlassen. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Hier oben den Ländercode habe ich schon angepasst. Hier kommt dann euer Name rein von eurem WLAN. Bitte hochkommen lassen. Unter PSK euer Kennwort. Auch hier bitte hochkommen lassen. Ich habe zusätzlich noch Key-MGMT hinzugefügt, um abzufragen bzw. um zu definieren, dass hier WPA benutzt wird. Ohne hat es jetzt direkt nicht so auf Anhieb bei mir geklappt. Im eigentlichen Tutorial wird das auch eigentlich nicht vonnöten sein. Ich springe mal eben an den Punkt. Also hier unter Flash SD-Card seht ihr auch nochmal das komplette Statement. Aber bei mir hat es halt nur mit dem Hinweis auf WPA funktioniert. Aber sollte Default eigentlich auch ohne funktionieren. Gut. Dann geht ihr hin. Kopiert euch bitte einmal diesen Namen hier weg. Und unter diesem Namen WPA-Supplicant.conf müsst ihr die Datei auf der SD-Karte in dem Boot-Verzeichnis ablegen. Bitte einmal dort speichern. Bei mir war das halt hier. Pfad blibla blub und dann slash boot. Bitte die Datei einmal dort ablegen, abspeichern. Damit auch der Access zu eurem WLAN automatisiert funktionieren kann. Wie gesagt, bei dem Board ist kein Ethernet-Anschluss vorhanden. Wenn ihr dann soweit seid, gebt dem Gerät wirklich ein paar Minuten. Das geht nicht ganz so schnell immer mit dem Connect. Also zwischen 1 und 5 Minuten kann es unter Umständen dauern. Mit einem Tool wie DippyScan oder irgendwas Ähnlichem. Einmal kurz gucken, welche IP-Adresse hat das Gerät von eurem Router erhalten. Oder ihr geht in euer Router-Interface und schaut einmal dort unter WLAN nach, welche IP-Adresse der BTC-Ticker denn bekommen hat. Und dann bitte Connecten. Yes. Default ist das Kennwort BTC-Ticker. Das könnt ihr aber auch hier ablesen. Und da ganz einmal. Ja gut, wer es haben will, wer es möchte. SSH-Kennwort bitte einmal anpassen. Wie gesagt, hier auch nochmal das Statement zum Connecten. Password. Und hier PyRootAdmin neue Kennwörter bitte vergeben. So, ich habe jetzt mal eben schnell noch das Kennwort geändert. Beziehungsweise die drei Kennwörter. Also wirklich einfach wie hier im Text zu sehen ist. Ab Echo. Einfach die Sachen eingeben. Natürlich bei New Password. Bitte das gewünschte Passwort von euch eintragen. Bitte auf Leerzeichen und so weiter achten. Eine Abweichung von dieser Syntax bedeutet natürlich, einen Fehler zu provozieren. Genau. Dann steht hier oben noch, ihr könnt noch hier ein Shell-Script ausführen. Ich habe das hier mal kurz eingeblendet, was da drin steht. Braucht ihr aber auch nur ausführen, wenn ihr dieses Device abgeben solltet, rausgeben solltet. Ja, wenn ihr das für euch selber braucht, dann braucht ihr dieses Shell-Skript hier nicht ausführen. Genau. Und ja, eigentlich nach dem erfolgreichen Lock-In dauert das ein Weilchen. Bei mir hat es ein paar Minuten gedauert, bis der Bildschirm auch aktiv wurde. Also wundert euch nicht, wenn ihr eine ganze Zeit lang einfach einen dunklen Bildschirm habt. Beziehungsweise der ist ja default hell. Wenn da nichts drauf passiert, nicht wundern. Generell, die ganze Schose ist, ja, die muss man einfach, man muss einfach sagen, von der Performance her. Ist das jetzt hier keine rasend schnelle Aktion? Also wirklich Geduld mitbringen, Käffchen machen und dann läuft das eigentlich. Und der Holger, der Gute, also nicht der eine Holger mit seinem ETH, sondern der andere Holger, der hat mir noch angeboten, demnächst was für den Mempool vorzubereiten. Da hatte ich den Wunsch geäußert, weil das ganz spannend wäre, wenn man die Viehs denn sehen könnte. Also low, middle and high. Gerne vielleicht noch die Difficulty. Vielleicht das, was in den letzten zwei Blöcken an Transaktionskosten zusammengekommen ist. So riesig ist das Display jetzt ja auch nicht. Aber es wäre ganz nett, unter einem der vier Buttons halt diese Option auch noch reinzulegen. Wenn man sowas dann nett im Büro oder sonst wo stehen hat und man hat da so ein Auge drauf und sieht, oh, schön, Mempool sieht gut aus. Gleich mal eine Transaktion noch starten. Solange man noch nicht in Lightning ist. Zwinker, zwinker. Full Note ist ein Must-Have. Genau, dann ist das eigentlich ein ganz nettes, nerdiges Ding. Also kein Must-Have, aber ist auf jeden Fall eine schöne Spielerei und kann ich nur empfehlen. So, hier nochmal ein paar Eindrücke. Rechts seht ihr gleich eine Anschlussmöglichkeit für einzelne Kabel. Hier in Weiß gehalten, falls ihr das Board und das Display nicht zusammenstecken könnt. Rechts einmal die SD-Karte. Dort ist der Slot. Und dann hier den schwarzen Balken. Da bitte die Pinne aufeinandersetzen, vorsichtig. Und die Sachen verheiraten. Hier nochmal zwei Display-Menüs. Nun, leider bin ich noch nicht ganz dazu gekommen, das Teil fertig zu machen. Dafür ist das Wetter momentan zu gut. Aber hier auf der Seite, den Link werde ich auch in den Notes verteilen, habe ich quasi die Vorlage her. Fand ich ganz schick. Von hinten noch ein bisschen preppen, damit das Kabel auch da durch kann. Ich brauche aber dann nicht diese Kabel noch hier extra benutzen, um das Display zu verbinden. Ich kann, wie gesagt, beides direkt zusammen dort unterbringen. Und dem Ganzen wollte ich noch so einen kleinen Deathwatch-Look bringen. Aber das mache ich, wenn Regen kommt. Hier oben sind ein paar Löcher, da kann man noch ein paar LEDs mit verbinden, je nachdem, was man an Bord machen möchte. Genau, hier die 3D-Vorlage, wenn die jemand haben möchte. Ja, wenn ihr mir auch heute wieder mal komplett gefolgt sein solltet, ein großes Dankeschön. Ich hoffe, euch hat diese ganz kleine Anleitung ein bisschen geholfen und vielleicht auch die Angst genommen, dabei Github mal was runterzuladen, ein bisschen Hardware zu kaufen. Einfach eine kleine Tech-Spielerei, die natürlich auch produktiv genutzt werden kann. Wir wollen ja keinen Quatsch kaufen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also bis dahin, schönen Satz stapeln, Sonne genießen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Was ist das? Was gibt's? Was ist das? Was ist das? Das sind scams!